Hallo, ich bin die Doris. Hallo, ich bin die Elke. Wir machen jetzt psychosoziale Beratung im Logo. Wenn es gerade schwierig wird bei dir oder es eckt gerade irgendwas und das Rehen mit deinen Freunden und mit deinen Eltern nicht ganz reicht, dann sind wir für die da. Liebeskummer. Krisen in der Familie. Probleme in der Schule oder bei der Lehrstelle. Sorge um deine Freunde. Dir geht es mit dir selber einfach nicht gut. Es läuft gerade mit deinen Freunden oder in der Gruppe nicht besonders gut. Ganz wichtig. Ja, alles was gerecht wird, bleibt unter uns. Wir freuen uns auf dich.